Jo Leute, das war's gerade. Lasst gerne ein Like und ein Abole und wir fangen jetzt mit dem Video an. Wir machen heute Shining Fails auf mit Evoli an meiner Box. Und wir machen jetzt auf. Hier sind zwei Mark Blutkottenkülle. Hier sind die Wuster, da ist das Heft und hier geht eine Karte raus, also eben die Obo-Karte-Weiser Anteile. Die kennen wir ja schon. Das ist die Evoli-Probenkarte. Das andere kennen wir alle schon. Wir suchen uns vier Wuster aus. Einmal den Vogel, dann Riffax, Catapulta und nochmal Catapulta. So wieviel Wuster machen wir jetzt auch gerade an mit dem Vogel. und сюда hier Justll 언�unya so das haben our so irgendwie genauso so Radium Knabrion Ah, die Dandy in einer kleinen Shiny Das ist die Kante Nummer 51 von 122 Jetzt machen wir Erstmuster mit Katapult Wir haben was Das sieht aus Das sieht aus wie zwei Sachen Eine Psychenergie Ostebeschwert Goton Ähm Tuscar Shiny Jux Klebsi-Fuchs Und eine große Shiny Und noch eine V-Karte dahinter Eine V-Max große Shiny Inferno-Bot Das ist Karte Nummer 109 von 122 Und noch eine V-Karte Ein Eichhörnchen Das sieht gerade nur 53 und 72 Nice Jetzt machen wir Mauer mit Katapultra auf Mal eine Jetzt ist das hier Rausgefallen Z-Karte Schimpel Jetzt ist das Cope Mauer mit Katapultra auf Und jetzt machen wir das bisschen Frischmisch. Mann, weh das hier jetzt auch noch rum. Eine Energie, Kutum, Epfanti, Karmaps, Enma, Maupreco, Evoli, eine River Solo und eine Sternkarte. Jetzt ist es wie aus. Ciao!